Die Frage lautet, bei welcher Geschwindigkeit sich die relativistische Masse verdoppelt. Das heißt, ich persönlich habe zum Beispiel jetzt eine Masse von ungefähr 70 Kilogramm und die Frage ist, wie schnell muss ich mich bewegen, damit meine Masse sich auf 140 Kilogramm verdoppelt. Wobei es dann so wäre, sie würden von außen beobachten, dass ich mit 140 Kilogramm unterwegs bin und ich selber hätte das Gefühl, bei mir ist alles okay, ich habe weiterhin meine 70 Kilogramm. Das heißt, also verdoppeln, m gleich 2m0. Die bewegte Masse ist die doppelte Ruhemasse und diese Info setzen wir da ein. Also wir haben 2m0 gleich m0 durch Wurzel aus 1 minus v² durch c². Und jetzt ist die Aufgabe nach v aufzulösen, wobei sich das m0 hier kürzt. Und das ist reine Algebra, das ist einfach nur so ein bisschen rumrechnen, macht aber manchmal Schwierigkeiten, mache ich jetzt ausführlich. So, wir haben im nächsten Schritt 2 gleich 1 durch Wurzel aus 1 minus v² durch c². Dann mache ich mal die Wurzel und vielleicht gleich dividiert durch 2. Also die Wurzel aus 1 minus v² durch c² gleich 1,5. Wir quadrieren. Dann habe ich 1 minus v² durch c² gleich 1,5. Plus v² durch c² minus 1,5. Also 1 minus 1,5 gleich v² durch c² mal c². Dann kommt im nächsten Schritt. c², 1 minus 1,5 ist 3,5 gleich v². Jetzt die Wurzel ziehen. c mal Wurzel aus 3,5 gleich v. Ist eigentlich schon das Ergebnis. Ich schreibe es noch ein bisschen netter. v gleich v gleich c mal, ja, dritte Wurzel durch 2. Das interessiert mich jetzt am Taschenrechner. Zack. Aha, 86%. 0,86c. Das heißt, mal 300.000. Also hier muss ich schon mit 260.000 km pro Sekunde fliegen, damit sich meine Masse von 70 kg auf 140 kg verdoppelt. Schaffe ich mit dem Golf nicht. Ich schreibe es noch nicht. Ich schreibe es noch nicht. Ich schreibe es noch nicht.